Ja, hallo, grüße euch liebe Freunde, liebe Interessenten, freut mich, dass ihr euch das auch anschaut. Ja, ich möchte heute, wie gesagt, wie jeden Freitag in Zukunft hier mehr und mehr über das Warum die Fitline-Produkte, warum die Firma PM, was können wir mit den Fitline-Produkten bewirken, was kannst du mit den Fitline-Produkten für dich sozusagen herausholen, was kannst du für einen Nutzen davon haben, wo geht hin, wo geht die Reise hin, mit was sollst du starten und warum sollst du, und warum auch, ihr wisst ja immer, ich bin ja nicht nur für das Hybrid-System, sondern immer ausgewogen, also auf der einen Seite Produkte, mit denen wir wirklich was bewegen können, wo du und dann auch deine Freunde, deine künftigen Kunden und auch Geschäftspartner damit wirklich einen Nutzen erzielen, und zwar für sich einen Nutzen erzielen, einen Nutzen, wo es in Richtung gesundheitlicher Normalität geht, das ist das, was ich immer mit habe, ja, Normalität, was ist normal, wenn wir gesund, fresh und fit ins hohe Alter gehen können, das ist für mich normal, nicht, weil man mit 55 schon ein ausgemergeltes Gestöhe hat und Schmerzen hat und Despotientistik und Herz- und Kreislauf und das, also alle diese Problemchen, die uns oder unsere Freunde bis ins hohe Alter dann auch begleiten, die müssen eigentlich nicht sein. Wenn wir rechtzeitig beginnen, etwas für uns, jeder von uns, für sich zu tun, um eben nach Möglichkeit gesund zu bleiben, also etwas dafür zu tun, um gesund zu bleiben und fit zu bleiben bis ins hohe Alter. Und natürlich auch, die andere Seite, wie man mit ganz einfachem Weiterempfehlungssystem, so nach dem Motto, du, Karl, ich schau, ich habe 16 Kilo Ognummer und war ja höchste Zeit, jetzt fühle ich mich wieder wohl, jetzt kann ich den zweiten Schluck aufgegehen und habe kein Problem, jetzt kann ich wieder meine Runden machen und so weiter und ich fühle mich wohler, es ist wirklich so. Und ich habe das geschafft, ohne zu hungern, ohne jetzt Intervalltraining zu machen oder Sit-Ups und was, also ich habe das Ganze nicht gebraucht, weil ich die richtigen Produkte gehabt habe und das richtige Konzept dazu gehabt habe und auch die Begeisterung gehabt habe, weil es so relativ einfach und rasch geht. Deswegen gebe ich das weiter, deswegen empfehle ich es weiter. Also ein Einkaufs- und weiterempfehlungskonzept. Und kann aus dem natürlich eine komplett, eine lukrative Einkommensgeschichte werden, mit einer Karriere bis hinauf in den Champions League-Bereich. Für euch, ja, für mich ist es aufgrund meines Alters, ja, nimmermehr anzustreben, aber ich stelle mich halt hier als Senior Coach und als Mentor zur Verfügung, um einige Accounts hier zu betreuen und auch sogar aufzubauen für unsere, oder für meine, oder unsere nächste und übernächste Generation. Und ja, und außerdem mache ich es deswegen, dass ich wieder eine Beschäftigung habe und wieder meine Gedanken in eine Richtung fokussieren kann, um mich abzulenken von meiner Trauergeschichte und so weiter. Das wisst ihr schon. Und daher sage ich, es ist für mich eine echte, tolle Geschichte, Geschichte, weil ich etwas weitergeben kann und darf, was mir selber ja auch gut tut und was mir passiert ist. Und ja, wo ich sage, ich habe wieder zu meiner Normalität, gesundheitlichen Normalität, halbwegs, ja, wieder hingefunden. Und das möchte ich eben weitergeben. Und ich möchte auch schauen, oder euch dabei motivieren oder begeistern, dieses, nicht nur die Produkte als Kunde zu konsumieren, sondern sie erst vorerst einmal als Kunde zu konsumieren und schauen damit, was passiert damit. Und dann, wenn die Zeit reif ist und sagt, ja, okay, ein zusätzliches Einkommen, und das wird wahrscheinlich immer wichtiger werden, ist auch für mich interessant, also für dich interessant. Also daher tue ich etwas. Und das kannst du hier auf eine ganz lockere, einfache Art und Weise machen. Das weiterempfehlen. Ich gebe euch sogar noch ein paar Links rein. Das kannst du mit einem einfachen Link machen. Geh auf meine Seite und schau dir das an, da hast du die Links drin. Du kannst dich über die Produkte informieren. Du kannst auch, schau, was nimmst du in der Früh, was nimmst du dann zur Mittag, was nimmst du am Abend und was nimmst du, wenn du abnehmen möchtest und so weiter. Das sind die einfachsten Produkte. Sensationell in der Wirkung, aber einfach in der Anwendung. Das ist alles, wie gesagt, das ganze Geschäft ist fixfertig und die Produkte sind über 25 Jahre erprobt und tausende und hunderttausendfach bereits konsumiert und tausende von Menschen haben wieder ihre gesundheitliche oder körperliche Normalität erreicht. Haben wieder das Idealgewicht oder ihr Wunschgewicht wieder erreicht und sind damit wieder auf einem gesunden Weg unterwegs. Und ich möchte euch ja nicht nur jetzt auf die Produkte aufmerksam machen, sondern meine Vision geht weiter. Ich möchte euch dafür gewinnen oder dazu motivieren, überhaupt mehr in Richtung Slow Living zu gehen. Ein nachhaltigeres, ein ruhigeres, ein gesünderes, ein schöneres Leben. Man hat sich im Grünen, darum habe ich auch dieses Business im Grünen als Green Business. Zukunftsorientiertes Green Business. Es gibt nichts Schöneres, kann ich euch sagen, ich lebe ja mitten im Grünen, unter den Bäumen, Sträuchern und so weiter, in guter Luft. Weißt du, wenn du dieses Business einmal so weit intus hast, dass du gesagt hast, kann ich davon leben, dann kannst du ja aussuchen, wo du gerne wohnen und leben möchtest. Und wo kann es schöner sein, als wie im Grünen. Wenn ich Halligalli will, fahre ich halt, setze ich mir ins Auto vor hier und sage, Halligall, ich bin schon da. Und sonst noch meine, das ist das, was du genießen kannst. Im Grünen, schönen, großen Garten, Häuschen, so mit Bullen, mit Schwimmteich, was auch immer du willst. Alles möglich. Weil du ja, und wichtig, aufpassen, nicht mehr in die Arbeit fahren musst. Weil das Business dort ist, also dein Geschäft ist dort, wo du bist. Ob du unterwegs bist, weil du zu Freunden fährst. Du sagst, da habe ich meinen Kabel, schau, wo du ausschauen, schau, da, geh auf meine Seiten, schau dir das an, bitte. Oder du gibst dir immer ein paar Produkte, du sagst, das ist eine Sensation. Damit habe ich wieder mein Wohlbefinden erreicht. Meine gesundheitliche oder körperliche Normalität von Gewicht her und von der Bewegung her und von allem. Wenn ich den reingekriegt habe, okay, ich geh auf meine Seiten, da hast du den Gäste. Da gibt es sogar, nicht nur einen Link, da gibt es einen QR-Code, aufklicken, so. Und schon bist du auf meiner Seite. Vorausgleich bist du sogar auf der Firmenseite. Das heißt, bei FitLine, auf meinen oder auf deinen, je nachdem, jeder von denen hat ja dann auch einen personalisierten Online-Shop. Einen Shop, wo deine Kunden einkaufen können. Du geh drauf, klick den Link auf und hast die Information über das Produkt. Was kann das Produkt, egal was auch immer. Was kann der Power-Cocktail, wie oft ist dieser Power-Cocktail schon verkauft worden in den letzten 25 Jahren. Was haben die Leute damit für Erfahrungen sammeln können. Das ist das Sensationelle. Das ist nicht irgendwas, was jetzt frisch gekommen ist. Und du brauchst jetzt nicht hergehen und sagen, ich teste dich jetzt hin. Ja, du kannst es machen. Habe ich auch jedem empfohlen. Geh zu den Internisten, mach einen Durchcheck und schau dir auch, was du für Werte hast. Und dann nimmst du für die nächsten vier bis sechs Monate einmal die Produkte. Du kannst am besten als Kunde einfach einsteigen. Das heißt, um ein paar Nights mehr. Aber du kannst jeder sagen, nein, du hast die Möglichkeit der Rückgabe. Du hast sogar angefangen, die Produkte als Kunde. Du kannst sagen, nein, es schmeckt mir nicht, man gibt es so. Du hast ein Geld dazu. Also Geldrückgabe-Garantie für den Kunden. Aber auch gibt es eine Geldrückgabe für die Business-Partner. Einstieg unter 100 Euro und dann bist du dabei. Gibt es, natürlich kannst du weniger, du kannst kaufen, was du willst. Das ist ja ein Kundenschock. Aber empfehlen würde ich dir dann unbedingt, jetzt ist die Frage, bist du noch jung und knusprig? Dann sage ich auf alle Fälle, die beiden. Das in der Früh, ganz einfach in ein Glas Wasser reingeben, umrühren, trinken. Hier hast du die Nährstoffe, die du brauchst, die jetzt in den meisten Nahrungsmitteln nimmer mehr drinnen oder nur in geringen Maßen drinnen ist. So, das hat das Obst und Gemüse, was du dort drauf. Ihr hast du jetzt komprimiert, aber aufbereitet nach einem patentierten System oder Konzept. Das nennen sie das patentierte Nährstofftransportkonzept. Wo es die Nährstoffe nicht nur zur Zelle, sondern in die Zelle bringt. So aufbereitet, dass er den Körper leicht aufnehmen kann. Und sofort umsetzt. Also Energie kriegt von, wo die ganzen Nährstoffe hier drin sind. So, das zweite ist, das ist in der Früh, das ist am Abend. So, jetzt habe ich hier mein Abendgetränk. Ebenfalls Glas Wasser rein, umrühren, trinken. So, was ist das jetzt? Das ist alles. Kannst du auch gleich, gehört mal Seiten, das ist alles. Gibt es auch genaue Beschreibung, was das kann, warum und weshalb. Hier hast du die ganzen Mineralien, also die Mineralstoffe, die Körper braucht, um, ja, für die Sehnen, für die Knorbein, für die Haare und, und, alles für die Finger. Was auch immer. Kriegt die Nahrung. Kein Wundermittel, gar nichts, sondern es ist Nahrung. Das ist Nahrung, Nahrung. So, also, hast du hier den Bauercocktail, hast du hier, das ist etwas, was ich für die Altspatzen, also alles, was in die Nähe von 50 kommt, oder auch irgendwo schon frische Probleme, empfehle ich das 50 plus. Das ist das Seniorenpaket, also Senioren, oder mindestens 50 plus. Hier hast du alles das drinnen, was die älteren Damen und Herren dann nicht mehr so weit haben, oder schon Probleme haben, und jetzt sozusagen das wieder ausgleichen können. Ob das jetzt, ob das Omega 3 ist, und Q10 ist, und so weiter, ob das auch ein bisschen Ginseng ist, bitte, für, ja, wenn man klarer denken kann wieder, sehr interessant, habe ich schon viel vergessen, und so weiter, passt wieder. Ja, aber was auch interessant ist, dass es jetzt die Augen wieder, die Sehstärke wieder verbessert, übrigens letztens die, das hört besser aus, aber zum Lesen, ja, brauche ich noch ein bisschen, aber sonst brauche ich keine Gläser mehr, fantastisch. Und dann haben wir noch etwas, was ja auch, was auch, zum Patent sagen wir das, ist das C-Balance. Also, es gibt schon Junge, die Blutzuckerprobleme haben, und es ist auch interessant, dass die Zuckerspitzen, die nach dem Essen immer wieder entgegangen sind, kannst du damit abfedern. Das ist ein sensationelles Produkt, und das zusammen hast du dann eben in der Monatspackung in der Früh und das Mittag und Abend, also hast du je, einfach in der Anwendung, umrühren, trinken, und die Geschichte ist fertig. Und jetzt haben wir aber noch etwas, was auch, was viel jammern, ja, wie komme ich vom Gewicht aber, ja, FDH, ne, ja, kann ich nicht, na gut, ok, schaut, haben wir etwas, etwas ganz Sensationelles, Pro-Shop. Röpfel, gibst ihm rein, umrühren, trinken. Was macht das? Du hast auch wieder die Nährstoffe drin, die du brauchst, und ersparst du dir ein Abendessen, bevor es den Tee wie Chipsen, und was macht das noch? Was hilft halt für mich, ist, stoppt den Hunger, du hast dann das Hungergefühl nicht mehr. Und das ist dann das auch, dass du es auch ausholst, es gibt ja verschiedene Programme, das ist 18,6, da war es ok, ob 5,5 oder 6, eben, nehme ich eben kein Nachtmahl oder Abendmahl zu mir, sondern ich nehme um 17 Uhr diesen Check, kann rein, umrühren, trinken, Hunger ist weg, und am nächsten Tag, in der Früh, nichts anderes, dass ich meinen Powercocktail wieder nehme, aber erst, nachdem ich meine Runde mache, stelle ich mal früh auf, dusche und alles, und dann mache ich mich schön und mache die Runde. Und wenn ich zurückkomme, nehme ich meinen Powercocktail mit dem 50 plus 10 Jahren Programm, bin ja anders und ich schaue, ne, und komm, so, volle Energie wieder da, wow, aber was ist in der Zwischenzeit passiert? In der Zwischenzeit hat der Körper verbrennen können, nicht nur entgiften können, sondern auch verbrennen können. Zusätzlich gibt es nämlich wunderbare Amino, Pro-Shap Aminos, das ist etwas, auch eine sensationelle Geschichte, das hilft Fett in Muskelmasse zu verwandeln, also Fett zu verwandeln, und das ist auch ganz, ganz wichtig, denn sonst hängen dann da überall, wenn du annimmst, hängen überall da die, ja, wissen wir schon, die Schwerkraft vielleicht zu und dann hängt da die Haut da oben, das ist auch nicht schön, ne, und das strafft das ja wieder, wow, also, das geht natürlich nicht in zwei Tagen oder in zwei Wochen, sondern das ist etwas, was du sagst, die nächsten acht bis zehn Monate ziehe ich das einmal durch, dann hat es keinen Sinn, das probiere ich einmal und mache ich zweimal, nein, das hat nicht gewirkt, vergiss es. Ich sage, vier bis sechs Monate einfach die Produkte einmal anwenden, genau wie es empfohlen wird, wie der dein Sponsor dann empfiehlt, oder wie der ihn dann empfiehlt, so, ich arbeite es eh immer wieder, und ja, was passiert. Und wenn du jetzt noch ganz ein bisschen, zumindest ein bisschen clever in dir bist, für dich bist, sagst, okay, ich bin es mir wert, das Beste vom Besten zu konsumieren, das ist dein Körper, warum du es trägst, dann schau deine Knollen, ne, also, verwende ich, wenn schon, denn schon, etwas Gutes, wen geht Bio-Produkte, wen geht Vollwert, Lebensmittel, 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 nicht Nahrungsunfähigkeit, das ist für den Spaß zusätzlicher, aber als Basis, um Gewicht zu reduzieren, um Bauchfetten, Darmfetten zu verbrennen, ist ganz gut beraten, wenn du eben weniger, aber dafür auf Natur gehst. Und damit kommst du langsam sicher in die Richtung dieses Slow Living Programmes, ohne Hektik, ohne Stress, glücklich ins hohe Alter gehen. Ich, ja, mit meiner, weiß ich nicht, wo die Probleme liegen, und viele, 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 viele Freunde, gibt es inzwischen immer mehr, die sind elendig zurückgegangen haben, die letzten Jahre, kaffee, herrschte mich schwer und leiden, ja, ich habe es miterlebt, mein Partner einfach, das ist grauenvoll, das ist schier, und das kann man sehr sparen. Und was, habe ich immer schon predigt, seit 50 Jahren predigt, du gehörst, ernähre dich gescheit, mach das und tu das, ja, ja, mach ich eh. Du musst, man muss, das ist, du bist gut beraten, wenn du auf deine Gesundheit schaust. Das hat nichts damit zu tun, das muss ich rennen, wie ein Trottel, ein paar Mal, ein paar Mal, ja, und noch, und noch, und noch, das ist es nicht. In der Ruhe liegt die Kraft. Das sage ich immer. Beim Laufen, ich bin vorher immer gelaufen, also, Kinder, läuft es langsamer, dann hast du länger was da vor. Ja, aber, da habe ich einen Genuss, wenn ich eineinhalb, zwei, drei Stunden laufen gehe. Nicht jetzt mache ich eine Runde runter, knall ich dich runter, pappp, Intervall, gehen wir, gehen wir, gehen wir. Vor was soll der Fahrrad rühren? Ich komme eh wieder zurück, ich mache nur eine Runde, ne? Also, ja, wurscht. Wenn ich keine Uhr mitnehme, dann ist es egal, wie schnell, wie lange ich gebraucht habe. Einen Genuss habe ich dabei gehabt. Und natürlich, ist der Unterschied, ob ich jetzt 20 Minuten wie ein Trottel rhen, oder ich renne eineinhalb Stunden und genieße die Gegend. Also, der andere geht spazieren, kannst du aber, wenn du ein Läufer bist, kannst du es eben laufen machen, kommst durch die Gegend, ja, wunderbar, schöne Bäumchen und Gegend und alles genießen. Das geht, um das Leben genießen zu können. Ein besseres Leben, ein gesünderes Leben. Wenn du in die Richtung gehst, dann bist du als Fitliner gut beraten. Ich bin nicht auf der Seite der Fitliner, wo ich sage, und da musst du trainieren, und da musst du, und da gibt es auch, ja, die sind noch jung, die müssen sich noch beweisen, die müssen noch schauen, und sagen, ah, und mein Sixpack, und pappp, pappp, pappp. Das hat mit Gesundheit auch nicht fit zu tun, weil man kann alles übertreiben. Aber, wenn du das auswiegst, und sagst, aha, die Produkte können mir helfen, dass ich gesund bleibe und fit bleibe, das ist das Wichtigste. Und meine Freunden helfen, dass ich gesund bleibe und fit bleibe. Deswegen kaufen sie die Produkte. Wow. Und weil sie die Produkte kaufen, über meine Webseiten, über meinen Online-Shop, kriegt ein paar PM, als Kunde 25, und so, und dann, ist ja, genau, da können wir gehen nachher noch, was der Unterschied ist, so, du verdienst Geld, ohne, dass du deinen Shop betreuen musst, der wird von der Firma PM betreut. Die Firma PM nimmt die Lieferungen auf, macht die Verrechnung, schickt die Produkte hinaus, und dann kriegst du eine Provision. Wisst ihr, gibt es ein schönes Geschäft? Ich brauche nicht den Zahnpocken und Liefern und Ausliefern, nichts. Wird für mich gemacht, und wird dann auch für dich gemacht. Die Kunden können einkaufen, sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, egal wann. Ich brauche nichts anzumachen, als sie dafür motivieren. Ich stöder die Produkte und schaue, was passiert. Ich habe das nicht notwendig. Ich will nichts vom Geschäft tragen. Wunderbar. Kauf als Kunde. Jetzt frage ich dich, gibt es ein schöneres Geschäft? Ein angenehmeres Geschäft? Ja. Brauche ich dazu ein Auto? Brauche ich ein Lager? Brauche ich Mitarbeiter? Brauche ich irgendeine Investition, um Produkte einzukaufen, um die dann im Lager zu haben und die dann zu verkaufen? Nein. Das Lager hat Firma Bärm. Die liefern die Produkte aus an den Kunden. Der Kunde hat entweder sein Abo oder kauft halt, wann er will. Zwölf in der Nacht oder um sieben in der Früh, wann auch immer, geht einer, bestellt und kriegt seine Produkte innerhalb von zwei Tagen zugestellt. Das ist es, Freunde. Und das ist für mich ein Green-Business. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich verpässt, ich verpässt, ich verpässt, ich verpässt, die Luft einatmen, ich kann im grünen Leben, kann machen, was ich will, was mir Spaß macht und betreue meine Freunde. Und dem, dem wirklich Freunde. Freunde, ja, Freunde, ja, sollen und demotiviere ich, geh auf unsere Seiten, kauf dir die Produkte, also mach was für die. Was ich mache, ist nichts anderes, ich motiviere, ich informiere und ich begeistere, um die Leute dazu in eine Richtung zu bringen, ja, es ist höchste Zeit, dass ich was tue für mich. Jetzt muss ich Geld verdienen und was sagen. Ich vergesse das. Du kannst locker vom Hocker ein super, super Einkommen erzielen. Du kannst auch Karriere gehen, ohne dass du viel Marktschreierei machst. Ganz still und leise. Indemst du anderen, Neueinsteigern oder Geschäftspartnern, Freunden hilfst, dass die die Karriere machen. Mir los zu außen vor. Aber ich hilf, dass du die nächste Stufe erreichst, die nächste Stufe erreichst und Stufe für Stufe eben dein Einkommen erhöhst. Und somit deine Lebensqualität erhöhst. Denn du hast Produkte, die kosten dir nichts, wenn du selber die Produkte einmal konsumierst. Jetzt bist du ein Partner. Fünf bis sieben Leute, die auch die Produkte konsumieren und schon kriegt der Papa, also kriegst du schon deine Produkte oder die Mami, die Produkte zum Null. Du kriegst ja nicht zum Null, du kriegst ja die Provision auf dein Konto, mit dem kannst du deine Produkte wieder bezahlen. Du kriegst ja eine Rechnung und so wird das alles safe, alles in Ordnung. Und du kannst immer deine Produkte. Und kannst dir aussuchen, was ich noch zusätzlich mache. Ich brauche noch was für die Schönheit. Okay. Ich brauche noch was für die Fitness. Ich brauche noch laufen oder ich brauche noch Sport betreiben oder Handelsstimmen oder was auch immer. Tausende und aber Tausende von Supersportlern, Spitzensportlern, Profisportlern verwenden diese Produkte. Also es ist nichts, irgendwas schnell, schnell aus dem Boden gestampft. Und jeder von euch kann hergehen und sagen, ich will wissen, ob das wirklich funktioniert. Also kannst du sagen, ich gehe jetzt zu meinem Internist, mache einen Check, mit allem Pipa-Pum, vom Blut und, 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 und alles. Und auch Püchterl und Umfang und so. Und du wirst sehen, wie sich deine Bauchumfänge verringern und wie du mehr aufblühst. Das merkt man ja. Man sieht es ja bei den Leuten, die Produkte ein, zwei Jahre konsumieren. Das sind komplett andere Leute. Die haben eine Lebensfreude, die haben ein Strahlen im Gesicht. Und nicht, ich bin so warm und das habe ich nicht. Angst und Existenzangst und was auch immer. Müsst du eins ja schauen, es wird, was ich eh schon lange predige, es wird leider, was gerade jetzt da draußen passiert, ist ja eine Katastrophe. Es sind tausende Euro, tausende Leute, die nicht mehr wissen, wie sie die Miete zahlen sollen, wie sie die Arbeit fallen können, weil sie sich das nicht mehr leisten können, oder Betriebe, die nicht mehr produzieren können, weil, also die Energiekosten explodieren und es ist noch kein Ende der Fahnenstange zu sehen. Wo führt das hin noch? Wenn der Bäcker immer sagt, es rentiert sich nicht mehr, ich kann nicht mehr bocken, weil das kostet mir das Gas mehr, als was ich für das Brot oder für die Semmeln dann verlangen kann, dann wird es eng, dann wird es kritisch. Und wenn die jetzt noch mit ein paar Weihnachten, ach Gott, das ist grausam. Aber umso wichtiger ist es, dass du dir auch ein zusätzliches Einkommen aufbaust. Denn innerhalb von 8 bis 12 Monaten, wie gesagt, 4 bis 6 Monate schaust, dass du einmal alles, dann merkst du, aha, dann hast du Erfahrungen, die kannst du ja weitergeben. Du brauchst nicht irgendeine Geschichte dazu, sondern deine Erfahrung gibst dann deiner Welt weiter. So, das ist es. Ich sage, tschau, das sind meine Produkte, das habe ich in der Früh, das habe ich am Abend, das nehme ich um am Nachmittag, jeden zweiten Tag, um eben den Bauchumfang zu reduzieren, Fetten abzubauen und das baue ich, um die Muskelmasse wieder aufzubauen, um Fettgewebe in Muskeln zu holen. Da gibt es noch so viele andere Sachen, aber das ist einmal nach Basis, das Wichtigste, wo du, wow, das funktioniert, kostet ein paar Netsch. Jetzt, eins ist klar, das sind Lebensmittel, aber aufbereitet, sodass der Körper sofort umwandeln kann, sofort was auffangen kann damit. So, du ersparst dich oder das andere, du hast ja keinen, hast ja weniger. Der Körper hat alles das, was er braucht, die Basis hat er einmal. Er hat die Energie, du hast die Energie und der Körper hat die ganzen Metallstoffe, die er braucht, um funktionieren zu können, um wieder sich regenerieren zu können, um den Wandel in Richtung Normalität mit dir durchzumachen. Und das ist das Schöne da. Du investierst hier die paar Aura, was das kostet, für dich, nicht für irgendwen, für dich, für dein Wohlbefinden, für deine Gesundheit, für deine Lebensqualität. Denn das ist das, was automatisch dann passiert. Die Qualität, gesundheitlich und Fitness und Aussteuerung und so weiter. Und gleichzeitig, weil er das Nächste, der Nächste das selbe macht und das Duplikation funktioniert und dann die Multiplikation funktioniert und auf einmal hast du einen Umsatz von, weiß ich, 40.000, 50.000 Euro im Monat. Oh, das kann ich schon leben davon. Das ist so. Tausend, die haben das voll gemacht und funktioniert. Warum soll es bei dir nicht funktionieren? Also du sagst, das geht nicht, dann mach nicht. Okay, lass bleiben. Aber wenn du sagst, ich probier's, ich mach das jetzt, weil ich bin überzeugt, das funktioniert, dann wird's auch funktionieren. Und da wirst du in, ja, in 6 Monaten, 8 Monaten, 12 Monaten, eher noch in, es dauert seine Zeit. Weil du ja nicht einen riesen Job von der Familie hast, sondern dass du Schritt für Schritt deine Kunden, deinen Kundenstock aufbaust, nichts anderes, Karten weitergibt, sagst du, super Produkte, mach einmal was für deine Gesundheit, wenn du was tun willst, geh rein, schau dir das an. Wenn du Fragen hast, jederzeit erreichbar. Es ist nicht mehr so, dass ich sage, jetzt muss ich mit den Produkten ineinander fahren und dann natürlich Vorträge machen oder Home-Partys machen und dann die Leute auskosten oder nichts. Willst du die Produkte, kauf dir das. Ja, kannst du mir das schenken. Nein, warum? Gehst du zum Biomarkt, gib dir das, du dir das schenken. Nein. Willst du das tun für dich, willst du was tun für dich, tu es, mach es. Du wirst merken, wie super du dich dann fühlen wirst. Und wenn du weißt, dass es 4 bis 6 Monate dauert, bist du dann, wow, hey, das ist nicht mehr, das habe ich nicht mehr, die Probleme habe ich nicht mehr, okay, auch neue Hosen brauche ich wieder, okay, Sako brauche ich auch, okay. So. Tut das weh? Nein, das ist Lebensfreude, das hätte ich nie geglaubt, dass das funktioniert. Und du wirst sehen, es ist genau das, was um das geht. Wie gesagt, ich habe am Dienstag jeweils mein Online, im Facebook, in meiner Gruppe, bist du eingeladen, da drehe ich natürlich generell über das System, was man machen kann, dass es uns in Zukunft besser geht und so weiter und in Zukunft, wenn man auch dann, wenn du interessiert bist und du Fitliner bist, bist du dann auch eingeladen am Freitag um 19.30 Uhr. Das ist dann für die Partner oder für die Anwender, die bereits die Produkte haben, die bereits mehr wissen wollen über die Produkte, die mehr wissen wollen, wie das Geschäft funktioniert, die wissen wollen, wie der Marketingplan funktioniert und, und, und. Also, alles das, das ist dann eine interne Geschichte, wo dann die eingeladenen Partner dabei sind. So. Ja, ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen neugierig gemacht und vielleicht ein bisschen aufbereitet, dass du einmal sagst, jetzt schau ich mir das doch einmal an. Es ist für dich. Es ist deine finanzielle und deine gesundheitliche Zukunft. Ob du jetzt bis ins hohe Alter fit und gesund wirst oder immer schwächer wirst. Du hast es in der Hand. Fragen? Nicht verzagen. Josef Fragen. Tschüss. Baba.